Horace könnten wir doch auch mal... Ja, Entschuldigung. Horace könnten wir auch mal besuchen, denke ich. Wo ist denn die Argenenbrücke? Oh Gott, ich weiß hier gar nichts mehr. Die Richtung schätze ich. Entschuldigung. Horace... Oh, Leute, geht mir aus dem Weg. Ja, guck mal da. Ja, da ist der Horace doch. Aber wo ist Marie? Man weiß es nicht. Wo bist du? Wo bist du? Hey, alte Banane! Och, ne? Was denn dann? Ach, deine Frau ist verschwunden. Ja, überrascht dich irgendwie, ne? Ja, okay. Hast du eine Idee, wo sie sein könnte? As a matter of fact, I do. I did a lot of asking around. And apparently she was cited near a large mansion in the north of the city. Aha. That's why I made up my mind to infiltrate the mansion and look for her. But I was no match for the creatures inside. And then I got thrown into the castle dungeon for trespassing. Kreaturen. So that's what happened. Yes. It's wonderful that I've been released, of course. But, oh, my poor, darling wife. I can't possibly rescue her on my own. Ach, Horace. Ach, komm, wir begleiten dich. Thank you so much, Master Zell. Wer ist denn jetzt wir? Wer denn alles? Mit Lowell habe ich, glaube ich, erst einmal gekämpft oder so. Auf jeden Fall selten. Gucken wir doch mal. Oh, was ist... Dass es so ein Haus hier gibt. Und hier soll deine Frau sein? Okay. Klingt ja nicht so schön. Kapitel 20. Verwunschenes Herrenhaus. Huh. Wir haben dabei Ares, Lowell, Yurik und Degren. Das ist sehr schön. Und Lowell ist erst Level 12. Wir sind hier. Wir müssen wirklich in diese Mansion gehen. Es muss einen besseren Weg sein. Ja, wenn sie überhaupt hier ist. Ja, siehste. Dann wollen wir doch mal da rein. Ja, ist klar. Was war das? Was war das? Ich hätte gerne einen Heiler bei mir. Okay. Wie schön. Ist ja nicht gerade einladend hier, würde ich behaupten. Wie? Wir kommen nicht mehr raus. Was soll das denn? Was meinst du? Ach, weiter oben. Du hast nach unten geguckt. Was? Der fällt gleich ab. Der fällt gleich ab. Ach, sehr und sein gutes Auge. A welcome with a surprise, eh? Proceed with caution. You're right, Yurik. Fine. Just a few scratches. Quite a ghastly place. Judging by the welcome. Ja. That's our secrets for you. Nutjobs. The lot of them. Ach, Lowell. Wir speichern erstmal. Zur Sicherheit. So. Gut. Und ja, dann schreiten wir doch mal voran. Hey, Lowell. Na? Oh. WTF? Der hat den einfach durch die Wand gezogen. Wie ruhig die alle bleiben. Oh. Ledermäute. Okay. Ah. Die wollten schon wieder was sagen und eine Zwischensequenz unterbrechen. Ich hab das Gefühl, Horace bringt uns immer in Gefahr. Ah, hallo. Sein Blick. Das frag ich dich. Ist hier sonst noch irgendwas? Was hier wieder los ist? Kaum ist man aus einem Verlies entlassen worden, dann sowas. Da oben sind auch Fledermäuse. Wir überprüfen aber mal. Ne? Hallo, Spiegel. Sorg mich nicht ein. Ach, Menschenskinder. Jetzt ist aber mal gut. Attacke. Hier, da. Ha. Das hast du dir gedacht, wa? Ich weiß, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Willst du dich aufhören? Hä? Er sieht nicht wie der Lauf. Was ist das denn in diesem Ort? Dagram, Lol, Horace's Wife. Wo waren sie denn? Und nochmal Suchmodus. Wohin? Dahin. Ein Buch. Ich weiß nicht, was da geschrieben ist. Okay, gucken wir doch nach. Das Tagebuch eines Dienstmädchens namens Henrietta. Henrietta, goldene Kette. 27. August. Vor einem Monat habe ich die Stelle in diesem Hause angetreten. Der gnädige Herr ist sehr freundlich. Auch die gnädige Frau und ihr Kind sind gütig, wann immer sie nach mir klingeln. Wie glücklich ich bin, hier zu arbeiten. Die Gerüchte waren reine Erfindung. Ne, okay, da steht dasselbe drin. Schade. Sonst noch irgendwo ein Buch oder so? So, kommt da mal her. Hier, alle Bücher abklappern. Okay, gehen wir durch. Mann, oh Mann. Hallo? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann bringst du uns hierher? Und dann gehst du hier rein? Wie er einfach alles für sich behält. Horace ist mir... Boah. Ja. Es hätte mir schon nach dem Höhenlabyrinth klar sein sollen, dass... Boah. Dass Horace nicht immer ganz zu vertrauen ist. Alter, habe ich mich verjagt. Mann. Nein, nicht du auch noch. Nein. Jetzt sind sie... Oh nein. Oh Gott. Was geht denn? Ich... Na. Ich kann das nicht in Worte fassen, was hier abgeht. Da war ein Geisterkind. Und da ist wieder ein Spiegel. Was geht hier nur vor sich? Was? Wo, wo, was? Ha. Da wollte ich gerade nur mal schnell ein Buch lesen und dann sowas. Und wir kämpfen nur mit dem... Oh, wir kämpfen nur mit den beiden Gesellen hier. Horace! Das tut sich ja weh. Jetzt verschwindet er auch noch. Bin ich jetzt alleine hier? Oh. Das gibt's doch nicht. Und was macht dieses Kind da? So, du gehst mal schön weg. Lass mich in Ruhe. Ich hätte vielleicht den Fokus anmachen sollen, damit die Monster auf mich gerichtet sind und nicht auf Horace. Vielleicht wäre er da nicht weg. Ah, das ist ja jetzt auch egal. Wir sind alleine. Jetzt geh kaputt. Und du auch. Geh weg. Ne. Allein ist das echt doof. So. Du noch. Und Kleddisch. Okay. Hier saß gerade ein Kind. Wo ist es hin? Ich lese jetzt erstmal kurz das Buch. Das Tagebuch der Hausherrin. 10. September. Es fällt mir von Tag zu Tag schwerer zu begreifen, was in ihm vorgeht. Selbst zu Tisch tobt er und macht keinen Hehl aus seinem Hass auf den Fürsten. Ich wünschte so sehr, er würde sein gedankenlosen Tun einstellen. Und dann wird das Buch und ab. Dasates mit uns auflauben. Ich 가져 Martha- Abi. siete. Bis mal wiederzifffend.